Hallo, in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Galonen in Liter oder Liter in Galonen umrechnet. Das ist ganz einfach. Was man da zuerst mal wissen muss, ist, dass eine Galone 3,78 Liter sind. Als Beispiel möchte ich jetzt wissen, 7 Galonen sind wie viel Liter? Das heißt, ich nehme jetzt 7 Galonen mal 3,785 Liter sind gleich 26,5 Liter. Jetzt weiß ich, dass 7 Galonen 26,5 Liter sind. Anders ist es, wenn ich wissen möchte, wie viel Galonen 30 Liter sind. Also 30 Liter gleich x Galonen. Dann muss ich wie folgt rechnen. Ich muss die 30 Liter durch 3,785 Liter teilen und dann komme ich auf 7,925 Galonen. Jetzt weiß ich, dass 7,925 Galonen 30 Liter sind. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.